Servus, ich bin der Philipp und ich zeige euch heute was ihr zum perfekten Trailrunning Schuh wissen müsst. Beim Laufen braucht man bekanntlich nicht viel an Ausrüstung, so auch beim Trailrunning. Das wichtigste sind aber die Schuhe. Das hat den Hintergrund, dass man sicher am Trail unterwegs sein will, dass man nicht rutschen will, dass man gute Gedämpfung haben will, aber das ist natürlich schwierig zu generalisieren, weil es gibt nicht den perfekten Trailrunning Schuh, sondern das ist total individuell. Das muss abgestimmt sein auf Größe, auf Gewicht, auf Leistungsniveau, aber auch das, was man mit dem Schuh machen will. Und weil es da so viele Möglichkeiten gibt, schauen wir uns das jetzt gemeinsam an. Das wichtigste beim Trailingschuh ist der Grip und was mit dem Grip zusammenhängt ist die Profilsohle. Ich habe euch hier zwei Beispiele mitgebracht, wo man den Unterschied sehr gut sieht. Hier das Modell hat ein sehr aggressives Stollenprofil, sehr große Noppen. Das hier nicht so viel. Man sieht das teilweise gar nicht. Das liegt jetzt auf der Hand, dass wenn man sehr viel auf matschigen, auf rutschigen Wegen unterwegs ist oder auch viel im Schnee läuft, dann braucht man einfach ein aggressives Profil, das sich richtig in den Untergrund rein frisst. Wogegen wenn man mehr auf trockenen Wegen unterwegs ist, dann reicht das hier völlig aus. Was natürlich auch mit in die Rolle spielt, ist die Gummimischung. Das darf man nicht vergessen. Wenn man eine sehr weiche Gummimischung hat, dann ist der Schuh vielleicht nicht ganz so langlebig. Aber während der Lebensdauer hat man noch ein bisschen mehr Grip, gerade auf Felsen oder rutschigen Wurzeln, wogegen der langlebiger ist, weil sich das nicht so schnell abreibt. Aber dafür ist es vielleicht nicht ganz so das i-Tüpfelchen an Grip. Als Grundregel kann man sagen, dass je technischer der Trail ist, desto mehr Stollen Profil braucht man. Wenn man jetzt auch im Winter auf dem Zwels rumlaufen will, dann gibt es zwei Möglichkeiten. Es gibt Schuhe, die haben schon so Profil, so Stollen integriert, oder man upgradet seinen Lieblingsster Running Schuh mit so Krödeln, mit so Schneeketten. Das ist total hilfreich und auch total einfach. Man zieht die einfach über den Schuh drüber und das gibt einfach einen perfekten Halt in Schnee und Eis, damit man nicht rumrutscht. Eine wichtige Kennzahl beim Schuhkauf ist die sogenannte Sprengung. Die Sprengung wird in Millimeter angegeben und die Sprengung sagt aus, inwieweit der Vorfuß zur Ferse versetzt ist. Also es gibt keine negative Sprengung, es gibt nur positive Sprengung und je höher die Zahl, desto mehr steht quasi so ein Keil im Schuh. Viele Leute kommen doch aus dem Straßenlauf und da ist einfach eine große Sprengung, sprich ein großer Keil, gewöhnlich. Das liegt daran, dass man auch will, dass der Schuh einen Vortrieb hat, dass man ihm schon eine Form gibt, die diesen Vortrieb ermöglicht. Wenn man jetzt mehr aus dem Barfußlaufen und dem Natural Running kommt, dann empfindet man es als angenehmer, wenn das eher flach ist. Was halt wichtig ist, dass wenn man jetzt halt wechseln will, also grundsätzlich ist es gut, wenn man auch die Schuhform, die Schuhart wechselt, dass man es aber nicht so plötzlich macht. Weil gerade wenn man jetzt zum Beispiel bergauf läuft, da kann man sich vorstellen, wenn der Keil da ist, dass bergauf eine hohe Sprengung einfach die Waden und die Achillessehne sehr gut entlastet. Und wenn man jetzt aber dieses Natural Running gewohnt ist und zu schnell umstellt, dann gibt es tatsächlich muskuläre Probleme und Sehnenprobleme. Deswegen, wenn man es macht, langsam wechseln. Was man natürlich nicht unterschätzen darf oder nicht verwechseln darf, ist, dass die Sprengung nichts mit der Dämpfung zu tun hat. Da kommen wir aber gleich dazu. Beim Thema Dämpfung gibt es zwei Möglichkeiten. Einen gut gedämpften Schuh und einen wenig gedämpften Schuh. Hier habe ich einen ziemlich gut gedämpften Schuh. Also beim Laufen hat man doch sehr viele Schläge, hat sehr viel Impact auf dem Fuß, auf dem Körper und einfach eine gute Dämpfung, die federt es ab, die mildert es ab und wird sehr angenehm für Bänder, für Sehnen und Muskeln empfunden. Wenn ich mich aber sehr viel im technischen Terrain fortbewege, dann will ich lieber einen direkteren Schuh, einen wenig gedämpften Schuh, weil ich einfach den Untergrund viel mehr spüren will. Das Ganze ist so, wenn man weniger Dämpfung hat, dann muss der Fuß viel mehr arbeiten. Das heißt, er ist aktiver, er müdet auch schneller. Das heißt, umgekehrt, wenn ich sehr viel lange Distanzen laufe und mich lang in meinem Schuh aufhält, dann ist es angenehmer, wenn man mehr Dämpfung hat, einfach um auch die Muskel, die Fußarbeit zu entlasten. Grundsätzlich ist es aber so, dass das ganze Thema Dämpfung sehr individuell ist, weil es eben auf eigenes Gewicht, wie lange bin ich unterwegs, wie viel Komfortbedürfnis habe ich und wie lang laufe ich in meinem Schuh abhängt. Ein weiteres wichtiges Kriterium ist die Passform. Das ist noch mal individueller als die Dämpfung. Jeder Fuß ist anders und dementsprechend muss man das sehr gut bedenken bei der Schuhwahl. Wenn man jetzt einen schmalen Fuß hat, dann brauche ich auch einen schmalen Schuh, weil wenn ich jetzt einen schmalen Fuß in einem breiten Schuh habe, dann rutsche ich extrem rum. Gerade im Downhill ist das total unangenehm, das scheuert leicht auf und geblasen. Wenn ich jetzt einen breiten Fuß habe, dann ist wichtig, gerade wenn ich auch lange Distanzen laufen will, dass ich wirklich genug Platz im Vorfußbereich habe. Man darf nicht vergessen, dass die Füße leicht anschwellen, wenn man lange unterwegs ist und dann noch mal mehr Platz bedürfen. Ein weiterer wichtiger Punkt ist Material und Gewicht. Also es gibt sehr viele unterschiedliche Bauweisen von Schuhen. Ich habe euch hier ein Modell mitgebracht. Das ist recht robust aufgebaut. Das hat eine Gore-Tex-Membran. Das ist wasserundurchlästig und man sieht schon, der ist recht haltbar und langlebig gebaut. Dementsprechend auch ein bisschen schwerer, aber auch komfortabler fühlt sich das an. Wenn ich jetzt einen Schuh nehme, der sehr leicht gebaut ist, man sieht hier schon ein ganz leichtes Netzgewebe, man sieht das Innenleben. Das ist gerade an heißen Tagen extrem angenehm. Das ist deutlich leichter und fühlt sich auch so an, aber ist auch deutlich weniger komfortabel. Also gerade Sand oder so, das fällt hier rein. Das heißt, man muss ja bei einer Leichtbarweise meistens auf Komfort verzichten. Das Ganze ist sehr individuell, je nachdem in welche Richtung man jetzt gehen will, weil leicht Unkomfortabilität passt nicht zusammen. Also entweder man ist leicht unterwegs und dementsprechend muss man auf Komfort verzichten oder genau andersrum. Mittlerweile haben einige Marken spezielle Schuhe fürs Ultrarunning für lange Distanzen gebaut und das findet man oft auch im Namen, wie zum Beispiel beim Salomon Ultraglide. Jetzt habe ich sehr viele Informationen über 12-Running-Schuhe gegeben. Jetzt haben wir die wichtigsten Punkte zusammengefasst, damit ihr den richtigen Schuh für euch auswählen könnt. Welches Läuferprofil habt ihr? Seid ihr mehr lang und gemütlich unterwegs oder mehr kurz, schnell und auf technischen Trails? Dann seid ihr mehr Vorfußläufer oder mehr Fersenläufer? Dementsprechend muss man die Sprengung anpassen. Und wie viel Komfort wollt ihr? Mehr gedämpft oder mehr weniger gedämpft? Für alle, die extrem viel auf den Trails unterwegs sind, macht es natürlich Sinn, sich mehrere Schuhe von unterschiedlichen Herstellern zuzulegen. Einfach weil ich dann passgenauer zum jeweiligen Wetter, zu jeweiligen Bedingungen und zu den Lauflängen mir den richtigen Schuh aus dem Regal nehmen kann. Andererseits ist es natürlich auch so, dass unterschiedliche Schuhe unterschiedliche Muskelgruppen verschieden beanspruchen und dementsprechend mit verschiedener Beschuhung auch unterschiedliche Trainingsreize setzen kann. Wenn du jetzt den richtigen Schuh nach deinem Läuferprofil ausgewählt hast, ist wichtig, dass der insgesamt auch passt. Grundsätzlich ist so, dass auch die Schuhgröße, was du bei den normalen Schuhen hast, auch in den Trailrunning Schuhen hast. Dennoch sollte man beachten, dass gerade die Ferse einen guten Halt hat, sprich beim bergauf laufen soll da nicht zu viel Spiel sein, sonst reibt es leicht. Aber auch bergab ist wichtig, dass vorne bei den Zehen genügend Platz ist, weil sonst stößen die Zehen immer vorne an den Schuh an und man kriegt ganz leicht blaue Zehennägel. Und da ist die Daumenregel, dass man Daumenplatz hat. Auch ist wichtig, dass im Vorfußbereich einfach nicht zu eng ist, aber trotzdem genügend Halt hat. Und dementsprechend soll man auch gar nicht zu viel nachdenken, sondern wenn man die Schuhe anzieht, ein bisschen auf sein Bauchgefühl vertrauen und wenn es sich gut anfühlt, dann kann man loslegen. So, ich hoffe, ich konnte jetzt helfen, dass du den richtigen Trailrunning Schuh für dich findest. Genug geredet, let's go! Tschüss!